Und du bist dir deiner Sache sicher? Ja, logisch. Was gehen wir denn machen? Springen. Aus welcher Höhe denn? 4.000. 4.000? Ja. Das klingt mal was für ein bisschen. Das war eine geile Idee. Habe ich von meinen Kindern bekommen. Ich danke euch. Das war eine super Idee. Dann schauen wir uns das mal an, würde ich sagen. Ja, genau. 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 Musik 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 Wir haben es geschafft! Und wie war es? Geil! Absolut krass! Wahnsinn! Gut, oder? Ja! Ich bin mir gerade weg, ich bin wieder aufgelaufen! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.